Das ist ein Jahrhundertverbrechen, das ist ein Jahrhundertverbrechen, das können Sie bitten, aber Sie können mich nicht zwingen, Sie können mich nicht zwingen und ich verlasse die Demonstration nicht. Eine Schande, eine Schande, dass ihr euch treiben lassen, die Bevölkerung zu unterdrücken, an einem Jahrhundertverbrechen teilzulegen. Teil des Verbrechen, Teil des Jahrhundertverbrechen. Wir demonstrieren auch für euch und eure Kinder, wir demonstrieren auch für euch und eure Kinder und Gratudanen, sollte man erinnern. Wir waren die Beschärfsten, ja, ja, so viel, so viel Schwangerschaften leiden unter dieser Scheißhintergrund, so viele Kinder leiden darunter. Bitte schweigt euch und gut, bitte auf unsere Sicherheit schauen, aber nicht die Leute unterdrückt und niedergüppeln. Geht an die Grenze, Grenze sichern, aber nicht bei uns die Demonstration, die die Gefühle kommen. Schweigt euch, schweigt euch, schweigt euch, wer hat euch aufgehebt? Wer hat euch aufgehebt? Wer hat euch aufgehebt? Hallo, ich, ich und das hat euch nicht verbrechen. Wer hat euch aufgehebt? Ja, verbrechen, Jahrhundertverbrechen. 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 Ja. Jahrhundertverbrechen. 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 Was aus mit euch? Raus mit der Polizei. Was brauchen wir, Polizei, wir sind alle friedlich. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Das ist ein Frecher. Das ist ein Frecher. Das ist ein Frecher. Das ist ein Frecher. Ein Frecher ist das. Ja. Das ist ein Verbrechen.